Okay Freunde, es ist eine Zeit für ein neues Update Video hier auf dem Kanal der CoinStelle und als allererstes müssen wir natürlich heute mal dringend über die gesamte Marktsituation sprechen. Ihr seht hier die Top 100 Projekte, Krypto-Projekte und überwiegend bis auf 4, 5 Stück, wirklich alles grün. Die Frage ist jetzt natürlich, was können wir auch vom gesamten Markt erwarten, nachdem Bitcoin hier einen sehr, sehr wichtigen Widerstandszone durchbrochen hat. Dann schauen wir aber auch einen kurzen Blick in diesem Video hier auf Cadena. Ihr seht, Cadena kurz vor dem Ausbruch, dann gibt es für Cadena mittlerweile schon das ernste Launchpad mit einer Staking-Möglichkeit, das schauen wir uns an. Wir werfen einen kurzen Blick hier auf Tilos, auch Tilos ist hier aus einer Formation ausgebrochen, genauso wie Polkadot und natürlich aber auch einen kurzen Blick auf Fear and Greed Index und die Altcoin Season. Und wenn dich das alles interessiert, solltest du jetzt auch definitiv dranbleiben. Let's go! Alles klar Freunde, dann starten wir direkt mit diesem Video. Bevor wir uns jetzt die einzelnen Projekte hier alles im Detail anschauen, erstmal eine riesen Dankeschön an meine Community. Ihr seht das Ganze, wir haben heute Nacht die 5000 Abonnentenmarke geknackt. Für alle, die jetzt natürlich auch neu auf diesen Kanal gekommen sind, sehr gerne gleich mal Abo dalassen. Natürlich gerne dieses Video auch liken. Und jetzt Freunde, starten wir direkt mit diesem Video. Ich würde sagen, wir schauen uns als allererstes mal den Bitcoin Chart an, denn es ist natürlich schon wichtig zu wissen, dass Bitcoin jetzt in den letzten wenigen Stunden hier nochmal 15, 16% an Zuwachs gewonnen hat. Und natürlich auch was sehr, sehr wichtig ist, Leute, wir sind bzw. ist Bitcoin hier durch diese sehr, sehr starke Trading Zone erstmal so weit durch. Natürlich muss Bitcoin jetzt das Ganze hier oberhalb bestätigen, höher als dieser Punkt kommen, damit wir auch wirklich bullish sind und dann hätten wir das nächste Ziel bzw. das nächste Target bei roundabout 52.500 Dollar. Aber ihr seht schon, auch wo Bitcoin jetzt gerade abgeprallt ist, wir können das Ganze mal ein bisschen reinzoomen, auch im 1-Stunden-Chart, dann seht ihr ein Versuch, jetzt wird gerade der zweite Versuch gestartet. Aber man muss eben auch ganz klar sagen, dieser Widerstand hier, der ist natürlich sehr, sehr stark. Ihr seht, wie oft hier schon als Widerstand das Ganze gedient hat, auch wenn wir ein bisschen in die Vergangenheit zurückgehen. Auch hier hat das Ganze mehrmals als Widerstand, sowohl aber auch als Support und hier dann auch wieder als Widerstand gedient. Also man sollte dringend darauf achten. Ich persönlich hatte jetzt definitiv noch, bis Bitcoin es geschafft hat, hier das Ganze oberhalb zu bestätigen, positiv zu bestätigen mit 1-2 Tageskerzen oberhalb den 44.000 bleibt. Wenn dann auch das nötige Volumen reinkommt, wenn der Markt sich weiterhin so positiv entwickelt, dann bin ich sehr bullish und dann denke ich auch, können wir mit einer kleinen Long-Position das Ganze hier auch traden und könnten hier die 18% mit einem 3er-Hebel bis 5er-Hebel definitiv auch mitnehmen. Dann sprechen wir hier von 90 bis 100% Profit mit einem Trade. Denke ich ist definitiv interessant, aber Leute, ich persönlich würde noch warten. Warum? Klar, auch hier in Creed Index ist einfach gerade aktuell noch in einem Bereich, wo man nicht wirklich weiß, eigentlich wäre die Ukraine- und Russland-Geschichte aktuell nicht, würde ich euch sagen, Leute, wir sind in dem Bereich, wo wir uns einkaufen müssen. Aktuell bin ich aber etwas vorsichtig, keiner von uns kann diese Situation wirklich einschätzen. Ich meine, es ist sehr positiv, dass die Ukraine jetzt mehr oder weniger schon auf den Zug Kryptos aufgesprungen ist, um einfach auch hier, ich meine, sie haben sehr viel Spenden bekommen, sehr viel Hilfe darüber bekommen. Jetzt könnte natürlich auch sein, dass vielleicht sogar Russland auf den Zug aufspringt mit Kryptowährungen, weil sie dadurch natürlich den Sanktionen umgehen können. Ist eine Möglichkeit, aber wie gesagt, Leute, einfach noch ein bisschen abwarten. Und deshalb, Bitcoin, Ethereum, wäre ich jetzt gerade aktuell noch ein bisschen vorsichtig. Was ich aber definitiv auf dem Schirm habe, ist einfach nur die Altcoin-Projekte. Aus dem folgenden Grund, Leute, wir haben hier letztes Mal schon drüber gesprochen, die Altcoin-Season, wer in diesem Bereich, beziehungsweise wer sich hier in diesem Bereich unten einkauft, der kann natürlich mit den Alt, mit der nächsten Altcoin-Season hier massive Gains mitnehmen. Und genau da sind wir wieder an diesem Punkt angekommen. Und deshalb, Leute, schaue ich gerade mehr nach Altcoin-Projekten. Ich meine, das Ganze wird uns hier auch bestätigt vor zwei Tagen, weil hier noch alles rot. Und jetzt sind wir hier mit Luna mit 80%, Neo 22%, Gala 20%, Algorand sogar 10%. Ich meine, egal, wo wir hier durchschauen, das Enco-Protokoll war auch schon bei 60%. Flow kommt wieder hoch, Crypto.com 17%. Also ihr seht selber, es baut sich gerade alles wieder auf. Und jetzt hier, ihr seht eben, Cardena, 24,3%. Wir haben es ja hier in meinen letzten Videos, Altcoins jetzt kaufen, vor acht Tagen, vor einer Woche, habe ich gesagt, Leute, jetzt ist der Zeitpunkt meiner Meinung nach jetzt rein in den Markt. Seitdem ist das Portfolio jetzt auch wieder um die 20% bereits gestiegen. Gerade zum Beispiel auch Cardena haben wir uns ja noch knapp unter den 6 Dollar eingekauft, sind jetzt bei 87. Und ihr seht, diese massive Formation hier, wo Cardena jetzt eben nach oben hin ausbrechen könnte, in Richtung 25 Dollar, das ist, denke ich, definitiv drin. Vor allem baut sich einfach das Ökosystem von Cardena immer weiter auf. Und hier gibt es jetzt auch das erste Launchpad, sage ich mal, für die kommenden Projekte, die auf dem Ökosystem von Cardena aufgebaut werden. Wenn man mal jetzt aktuell schaut, es liegen aktuell ein bisschen mehr als 4 Millionen Dollar drin. Insgesamt sind 23 Millionen und 23,2 Millionen KDL g-Staked. Und man kriegt aktuell 12,5%. Ich denke, für alle, die mit mir relativ früh in dieses Projekt eingestiegen sind, also roundabout zwischen 2 und 5 Dollar, für die macht das definitiv Sinn. Die Anzahl meiner Meinung nach zu staken, die 12% langfristig mitzunehmen, denn Cardena, Leute, ist einfach ein Projekt, ihr kennt meine Targets, ist ein Projekt, wo ich sage, langfristig gesehen in den nächsten 3, 4, 5 Jahren könnte dieses Projekt definitiv Solana vom Platz verschieben. Oder wie sagt man da vom, ihr wisst, was ich meine? Oder vom Platz verdrängen, ihr wisst auf jeden Fall, was ich meine. Deshalb denke ich definitiv, Cardena macht Sinn, das Ganze jetzt anzuschauen, auch für die Leute, die neu sind. Ihr findet auf meinem Kanal natürlich alle Videos zu Cardena, wer es noch nicht gesehen hat. Und natürlich aber auch den Link, den Referral-Link, falls ihr Cardena im Endeffekt erwerben möchtet. Ich habe das Ganze auf KuCoin, müsste jetzt hier oben auch irgendwo eingeblendet werden. Ansonsten in der Videobeschreibung klickt auf den Link, dann kriegt ihr sogar noch mal bis zu 50 oder 60 Dollar Einzahlungsbonus, je nach Euro Höhe. Könnt ihr natürlich auch gerne mitnehmen. So, dann haben wir soweit Cardena besprochen. Ihr seht, wir sind kurz vorm Ausbruch. Als nächstes, was ich auch sehr, sehr interessant finde, Leute, denn wir haben hier über Thielos auch schon so oft gesprochen. Ich meine, wir sind Thielos rein hier bei 12 Cent roundabout. Wir haben das Ganze jetzt mehrmals schon bis an die 1 Dollar bis 1 Dollar 10 getradet. Aktuell, ich habe ja gesagt, ich habe beim letzten Mal hier in diesem Bereich von 1,20 sehr, sehr starke Profite genommen, bin aber immer noch in der Position drin. Habe hier unten jetzt auch noch mal einen ganz kleinen Tick nachgekauft, nachgekauft, nichts Großes, aber etwas und ihr seht auch hier, Cardena bricht aus der Formation aus und ich persönlich behaupte, dass wir das nächste Target hier jetzt auch relativ bald erreichen werden. Das sind dann auch noch mal hier 45 Prozent, die meiner Meinung nach definitiv drin sind. Das Projekt Thielos wächst weiter, können wir gerne auch mal ein Update dazu machen, wenn es da dazu Fragen gibt oder wenn jemand sagt, hey, lass uns mal Cardena bzw. Thielos hier mal genauer anschauen, dann schreibt mir das definitiv gerne in die Kommentare. By the way, Leute, für alle, die natürlich jetzt dieses Video anschauen, wenn es dir gefällt, gerne mal kurz runtergehen, dieses Video liken, damit einfach auch der Algorithmus weiß, hier gibt es einigermaßen guten Content. Okay, Leute, abschließend, Leute, würde ich euch gerne noch folgendes Projekt zeigen und zwar Polkadot. Ich meine, über Polkadot haben wir auch schon sehr, sehr häufig gesprochen und ihr seht auch hier, Polkadot ist in einer Formation angekommen. Das Ganze ist mehr oder weniger ein Rising Wedge, also ein aufsteigender Trendkanal und ihr seht, wir haben den Boden hier einmal erreicht. Das war letztes Jahr im Sommer, wo ich gesagt habe, okay, hier werde ich definitiv Polkadot noch mal ein bisschen aufstocken. Das Ganze hat dann auch bis zum Peak noch mal fast 3x gemacht. Aktuell sitzen wir wieder an dem Punkt und ich persönlich behaupte auch, dass jetzt Polkadot gerade bis Ende des Jahres definitiv hier auf die 60, wenn ich sogar bis 80 auf 90 Dollar hochkommen könnte. Das heißt, also 2,5 bis 4x sind in diesem Projekt definitiv möglich. Ich meine, alles, was mit Multi-Chains zu tun hat, ist meiner Meinung nach definitiv die Zukunft. Wird sehr interessant, wird auf dem Level mit Layer-One-Blockchains wie zum Beispiel Cadena, Solana, Binance etc. laufen. Von daher bin ich da sehr positiv gestimmt. Auch muss man natürlich sagen, es sieht so aus, als würde es Polkadot gerade schaffen, aus dieser Formation auszubrechen. Das Target wäre dann erstmal hier die 33 Dollar, also der Ausgangspunkt und das wäre vom jetzigen Stand aus auch schon wieder auf 75%. Allgemein, Leute, wie gesagt, schaut euch ein bisschen die Altcoin-Projekte an. Ihr findet diese Seite unter Crypto Bubbles. Das ist eigentlich ganz gut, um einfach mal zu sehen, wo steht aktuell der Markt. Ihr könnt das Ganze natürlich auch verändern. Ihr könnt eure eigenen Favoriten hinzufügen, Top 200, 300 und so weiter. Aber ich denke, das ist definitiv immer sehr, sehr wichtig oder sehr interessant. Da sieht man einfach, wie der Markt gerade, in welchem Zustand der Markt ist und eben auch, dass halt eben Altcoins, also ich meine, wir haben jetzt Osama, Leo, Luna, klar, Terra Luna zieht brutal an. Da habe ich ja auch meine Preisprediction bis Ende des Jahres bei knapp 1000 Dollar gegeben. Atom, Internet 3.0, definitiv. Aber ihr seht, all diese Projekte hier sind noch in den letzten 90 Tagen schwächer als Bitcoin. Und ihr wisst, was passiert, wenn die Bitcoin-Dominanz hier wieder etwas einbricht. Wir haben natürlich jetzt massive hier. Bitcoin-Dominanz zieht natürlich gerade brutalst an, Leute. Ihr seht das Ganze selber. Ich gehe davon aus, dass wir hier die 45%, vielleicht sogar wieder hier 46 bis 48% nochmal kommen könnten mit der Bitcoin-Dominanz. Und wenn das Ganze dann eben wieder fällt, dann werden wir definitiv wieder eine sehr, sehr starke Altcoin-Season sehen. Und genau aus dem Grund, Leute, würde ich euch empfehlen, das Ganze ist natürlich keine Finanz- oder Anlagenberatung. Ihr müsst immer selbst recherchieren. Aber ich persönlich habe ja in den letzten Tagen hier definitiv meine Altcoin-Positionen weiter aufgebaut. Das empfehle ich auch definitiv für die Leute, die das noch nicht gemacht haben. Gerne das Video auch dazu anschauen. Und ansonsten war es das jetzt auch schon wieder. Das war ein ganz kurzes Update. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.